Das Bild, das ich euch heute zeige, ist meine Maria. Vor circa drei oder vier Jahren habe ich dieses Bild gemalt. Das Bild zeigt eine schwangere Frau, die besorgt in die Zukunft schaut. Gleichzeitig zeigt uns das Bild die tiefe Verbundenheit mit dem noch ungeborenen Kind. Gerade in dieser schweren Zeit, in dieser schweren Kriegszeit, gibt es viele Menschen oder viele schwangere Frauen, die in großer Unsicherheit in die Zukunft sehen. Ich habe die Farben Blau, Gold und Schwarz in den Fokus gesetzt. Wieso habe ich so viel Gold benutzt, haben mich viele Leute gefragt. Weil ich dachte, dass die Farbe Gold uns so ein bisschen in die Transformation führt. Dass nicht alles, was im Augenblick so schrecklich und so zerschönerisch erscheint, in eine Hoffnung geht. Und damit, das versuche ich mit der Farbe Gold auszudrücken, die Hoffnung. Oder auch die Blütenblätter, dass trotz dieser schweren Zeit etwas entstehen kann, etwas Neues entstehen kann. Wie eben auch die Geburt eines Kindes, dass etwas ganz Neues entsteht. Also letztendlich, obwohl es auf den ersten Blick ein sehr troppiges Bild zu sein scheint, ist es für mich ein sehr hoffnungsvolles Bild. Wir müssen eben durch diese schwierigen Prozesse durchgehen und müssen neu Ruhe nennen. Besonders in Zeiten, wo uns der Atem genommen wird und wo wir glauben, dass nichts weitergeht. Und dann empfinde ich das Bild, trotz der Traurigkeit, sehr hoffnungsvoll. Gold ist, ich muss sagen, ist ja so eine Farbe, wie ich halt in vielen meiner Bilder empfehle. Ja. Dass ich durchbreche das alte Strukturen. Ich reiße es auf und gehe in eine goldene Phase. Gold ist für mich diese Farbe der Transformation. Weißt du? Warum? Finde ich so. Ich empfinde es so. Weil es so, für die meisten Menschen ist es irgendwie kitschig oder wird ein bisschen surreal, dass ich mit Gold arbeite. Aber für mich ist es eben eine Farbe der Transformation. Von? Oder auch gleichzeitig ist es ja auch etwas Kostbares. Gold ist ja etwas ganz Kostbares. Und dass wir etwas Kostbares erhalten. Und dass wir nach, dass trotz aller Dunkelheit immer etwas Licht und etwas Kostbares aufscheint. Transformation von nach? Transformation durch den Schmerz. Wohin? Aus dem Schmerz heraus. Wohin? Dass ich zu mir finde, dass ich aus dem Schmerz hinaus komme, dass ich ganz bei mir bin. Und das zeigt aber auch eigentlich die Figur, dass sie trotz des Schmerzes ganz bei sich ist. Das schlägt vielleicht an den Hormonen. Das schlägt an den Hormonen, ja. Aber ich denke, dass gerade, wenn du durch schwere Zeiten gehen musst, dass du sehr viel mit dir selbst arbeiten musst. Ja. Dass du viel meditieren musst und schaust, dass du in deinem Gleichgewicht bleibst. Okay. Das gibt ja Heilung. Und die Heilung, das ist das Ergebnis der Transformation? Ja. So sehe ich das. Das heißt, du musst uns verhindern. Du könntest auch die Farbe Gold dann irgendwie als Heilung sehen. Also Farbe der Heilung. Für mich, für andere Künstler wird das sicherlich anders sein. Aber so empfinde ich das. Also, mitbienden Künstler wird das Geld wiederholfen. Und derExaktion sieht aus.